Deshalb sehen bei dir Baggy Jeans scheiße aus. Denn um Baggy Jeans zu tragen, darfst du ja nicht zu klein sein und nicht zu kurze Beine haben im Vergleich zum Oberkörper. Denn sonst kann es für dich schnell unvorteilhaft aussehen. Deshalb, wenn du etwas kleiner bist, trag nicht ganz so breite Jeans, denn dann wirkt es für dich auf jeden Fall vorteilhafter. Und für mehr von diesen Tipps, lass das Plus verschwinden.